So, herzlich willkommen zur dritten Session zum Linklayer. Heute geht es um ARQ-Protokolle, die im Wesentlichen Rückwärtsfehlerkorrektur und Flusskontrolle implementieren. Man bedient sich da den sogenannten Acknowledgements, also bestimmten Bestätigungsnachrichten, um beide Funktionen zu realisieren. Und wir werden heute lernen, wie das funktioniert. Wir werden auch mal so ein paar Protokolle durchspielen und unser eigenes kleines ARQ-Protokoll bauen, um zu verstehen, welche Besonderheiten man da beachten muss und wieso der Prozess der Protokollspezifikation im Wesentlichen funktioniert. Wir setzen voraus, dass wir einen Fehler erkennen können, aber nicht korrigieren können. Wir haben ja sowas wie eine CAC implementiert oder im Zweifelsfall auch eine andere Prüfsumme und können anhand derer erkennen, dass ein Paket fehlerhaft ist. Wir bewegen uns ja im Linklayer bereits auf Ebene der Pakete. Oder Frames, Frames als Sonderfall der Linklayer-Pakete und können daher paketweise prüfen, ob ein Fehler aufgetreten ist oder nicht. Der Prozess, nochmal nachzufragen, wenn ein Fehler aufgetreten ist, der wird ARQ genannt. Das steht für Automatic Repeat Request. Wie gesagt, das letzte Wort Request kürzt man hier mit dem Q ab. Fragen Sie mich nicht, warum? Das ist so eine Konvention. Und da ist ein Protokoll involviert. Das können Sie sich auch einfach überlegen, wenn Sie jetzt zum Beispiel hier in der Vorlesung sitzen. Ich sage unverständliche Dinge. Oder es gibt Probleme mit der Verbindung. Und Sie fragen einfach nochmal nach. Sie können dafür das direkt über den Audiokanal, also über den Rückkanal machen oder auch einen Seitenkanal verwenden. Also in unserem Beispiel wäre so ein Seitenkanal der Chat. Und dann sagen Sie, Sprache ist unverständlich. Letzten Satz bitte nochmal wiederholen. Das wäre ein einfacher Q-Prozess. Da merken Sie, da ist so ein Protokoll, was wir da anwenden. Also ein Teil des Protokolls ist, dass ich auf den Chat schaue. Der nächste Teil des Protokolls ist, dass Sie mir sagen, welcher Teil vielleicht fehlt. Und dann können wir relativ effizient so einen Wiederholprozess starten, also eine Rückwärtsfehlerkorrektur machen. Sie können mir darüber auch sagen, bitte langsamer reden. Dann würden Sie auch eine Flusskontrolle machen. Dann würden Sie sagen, mein Eingangspuffer ist überfordert. Bitte ein bisschen runterbremsen, also bitte die Senderate ein bisschen runterbremsen. In unserem Beispiel jetzt Worte pro Minute oder Worte pro Sekunde. Und dann daran sehen Sie, dass so eine Flusskontrolle und so eine Rückwärtsfehlerkorrektur ja eigentlich ganz geschickt gleichzeitig machbar sind. Ja, wo wird das gemacht, dieses ARQ? Also in Ethernet wird es nicht gemacht. In Ethernet werden fehlerhafte Frames mit einer CAC erkannt, wie Sie wissen, aber die werden dann direkt verworfen. Und dann überlässt man den höheren Protokollschichten, das zu tun. Also zum Beispiel TCP implementiert natürlich ein ARQ. Das kommt nachher auf Schicht 4. Wir werden auch im Detail besprechen. Aber es wird auch in bestimmten Link-Layern gemacht, das ARQ. Deswegen mache ich es jetzt auch hier. Zum Beispiel LTE macht es tatsächlich zweimal. Also es läuft auf einer etwas niedrigeren Schicht im Link-Layer, also sozusagen auf der Schicht 2.1 und auf der Schicht 2.2 läuft es nochmal in LTE, weil da einfach im Mobilfunk so viele Fehler passieren, dass da einfach diese Rückwärtsfehlerkorrektur sehr notwendig ist und auch mit hohem Aufwand betrieben werden muss. Also das ist tatsächlich eine Link-Layer-Funktion, erstmal klassisch, die aber auch in höheren Schichten gemacht wird. Das haben wir ja oft im Telekommunikationsprotokollstapel, dass Funktionen doppelt implementiert sind. Denken Sie mal nur an die Adressierung. Sie haben ja Schicht 2-Adressen, also die MAC-Adressen. Sie haben aber noch Schicht 3-Adressen, also zum Beispiel IP-Adressen. Und dann haben Sie ja auch noch Schicht 4-Adressen. Das wären zum Beispiel die Portnummern, woran Sie erkennen, welcher Prozess jetzt eigentlich welche Daten bekommt. Also Sie haben so Adressierungen ja auf mehreren Schichten auch implementiert. Das ist ganz normal. Also das heißt jetzt nicht, wenn es in einer Schicht gemacht wird, dass es dann in anderen Schichten nicht mehr gemacht werden muss. Gut. Und ALQ-Protokolle ja wiederholen Pakete oder Teile davon. Und das machen die auf Basis von Verwaltungspaketen oder von Verwaltungsinformationen. Und zum Beispiel auf Basis von Acknowledgements. Man kürzt das dann mit ACK ab. Oder vom Gegenteil eines Acknowledgements, vom Negative Acknowledgements. Also das wäre dann ein NAC. Also ein NAC würden Sie mir zum Beispiel schreiben, wenn Sie was nicht verstehen. Einen ACK würden Sie mir schreiben, wenn Sie etwas verstehen. Und jetzt kann man sich überlegen, wie man so ein Protokoll baut. Man kann zum Beispiel nur NACs verwenden. Also ich erwarte zum Beispiel in unserem kleinen Rückwärtsfehlerkorrekturprotokoll für diese Veranstaltung, erwarte ich jetzt, dass Sie mir zum Beispiel nur eine Rückmeldung geben, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. Das wäre auch so eine übliche Erwartung in so einem Chat. Dass Sie mir jetzt nicht jeden Satz künstlich bestätigen. Das wäre einfach sinnloser Overhead, wenn wir davon ausgehen können, dass in der Regel alles schon irgendwie rüberkommen wird. ACK wäre das Gegenteil. Dann würde ich eben erwarten, Sie schicken mir nach jedem Satz oder nach jedem Kapitel oder jeder Folie. Da kann man sich jetzt überlegen, auf welcher Basis man das tut. Würden Sie mir einen ACK schicken? Man kann natürlich auch beides kombinieren. Also Sie können zum Beispiel mir auch ein kumulatives ACK schicken und sagen, alles bis jetzt habe ich verstanden, aber Satz 47 nicht. Dann hätte ich so ein NAC und ACK kombiniert. Das nennt man dann auch Selective Acknowledgements. Diesen Teil kriegen wir beim TCP nochmal. TCP macht das zum Beispiel so. ACKs und NACKs können eigene Pakete sein, müssen aber nicht eigene Pakete sein. Das können auch einfach nur Flags in normalen Datenpaketen sein. Also eine Flag wäre im Prinzip ein Bit, was einfach auf 0 oder 1 gesetzt ist. Und wenn das zum Beispiel auf 1 gesetzt ist, dann würde das als ACK gewertet werden. Das macht auch TCP so. TCP hat ganz normale Datensegmente und dann gibt es eine ACK-Flag. Und wenn die gesetzt wird, dann gilt dieses Datenpaket, das Datensegment eben zusätzlich noch als ACK-Paket. Man muss natürlich nicht jedes Paket einzeln bestätigen. Mehrere Pakete können gleichzeitig gesendet werden, bevor überhaupt ein ACK oder ein NACK empfangen wird. Habe ich ja im Prinzip jetzt implizit auch schon gesagt. Wenn Sie mir jetzt nur jeden zweiten oder dritten Satz oder nur jeden Satz bestätigen, dann kann ich natürlich mehrere Wörter schicken. Man würde nicht nach jedem Wort oder jeder kleinsten Einheit einen ACK oder einen NACK erwarten. Gut, das sind so ein paar Designmöglichkeiten, die wir haben. Da müssen wir uns die Frage stellen, wie oft senden wir ACKs und NACs? Verwenden wir die beide oder nur einen Typ davon? Und das würde ich mit Ihnen jetzt gerne mal durchgehen, indem wir unser eigenes ACK-Protokoll designen. Fangen wir damit mal an. Und die Aufgabe ist jetzt im Wesentlichen, wir möchten Acknowledgements versenden, im Fall, dass das Paket korrekt empfangen wurde. Also wir verwenden jetzt keine NACs, wir verwenden ACKs, also Acknowledgements. Und wir gehen auch davon aus, dass der Sender so ein bisschen wartet momentan auf einen Acknowledgements. Und wenn das nicht rechtzeitig empfangen wird, gehen wir davon aus, dass der Sender das Paket neu wiederholt. Ja, das ist erstmal eine sehr einfache Annahme, die ja so im Kontext der Rückwärtsfehlerkorrektur ganz sinnvoll ist. Und wir werden dann auch sehen, wie wir das Konzept der Flusskontrolle umsetzen. Links ist der Zustandsautomat des Senders dargestellt. Das ist ein endlicher Zustandsautomat, das haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Die Notation ist wie folgt, Sie sehen hier das Ereignis, was zu einem Zustandsübergang führt. Das steht hier links vom Semikolon. Und Sie sehen rechts die Aktionen, die beim Zustandsübergang ausgeführt werden. Also hier ist das so ein Zustandsübergang in sich selbst, ja, da ist das jetzt nicht weiter interessant. Der Pfeil kann natürlich auch in einen anderen Zustand gehen. Und dann werden eben diese Aktionen hier ausgeführt, wenn vorher dieses Ereignis eingetreten ist. Spielen wir das mal durch. Also hier kommt von der höheren Protokollschicht, also zum Beispiel vom Network Layer, ein Paket P rein. Das ist das Ereignis. Dann setzen wir einen Timer, also drücken sozusagen auf unsere Stoppuhr. Und dann geben wir dieses Paket direkt an die niedrigere Schicht, also zum Beispiel an die physikalische Schicht weiter. Und verbleiben im Zustand warten. Wenn der Empfänger das jetzt reinkriegt, dieses Paket P, ja, das kann ja wie gesagt eine manipulierte Variante sein, aber wir gehen davon aus, dass die Fehlerprüfung hier schon passiert ist. Also das ist tatsächlich ein korrekter Empfang des Pakets P. Dann gibt er das direkt weiter an die höhere Schicht und schickt ein Acknowledgement. Ja, soweit ja erstmal logisch. Das ist wie der Empfänger reagieren würde, wenn er ein Paket korrekt empfängt. Wenn er das nicht bekommt, weil zum Beispiel die physikalische Schicht oder die untere Teil des Link Layers bereits das fehlhafte Paket P verworfen hat, würde er natürlich auch in diesem Beispiel kein Acknowledgement schicken. Kommt das Acknowledgement jetzt rein, das kommt natürlich auch wieder von der unteren Schicht, von der physikalischen Schicht rein, dann canceln wir unseren Timer. Also unsere Eieruhr sozusagen, die wir auf einen vordefinierten Wert gestellt haben, würde dann wieder zurückgedreht und die würde dann eben nicht triggern oder nicht klingeln und wir müssten dann nicht reagieren. Kommt in der vordefinierten Zeit allerdings kein Ack rein, klingelt die Eieruhr, kommt der Timeout als Event, als Ereignis und wir würden das Paket P nochmal schicken. Das sehen Sie hier, ich gebe es einfach nochmal an die untere Protokollschicht, also ans physical layer weiter und setze natürlich den Timer auch nochmal. Also der Teil hier wiederholt das Paket, also das implementiert die Wiederholung des Pakets im Falle eines fehlenden Acks. Ja, hier steht es auch nochmal, in der unteren Schicht gehen wir davon aus, dass die CAC bereits passiert ist. Vielleicht sogar eine Vorwärtsfehlerkorrektur über Kodierung, die dann in dem Fall eben funktioniert hat, wenn wir das Paket überhaupt rein kriegen. Ja, das soweit erstmal ein ganz einfaches Ack-Protokoll, also viel einfacher kann man es glaube ich nicht bauen. Aber das hat natürlich ein paar Probleme, die ich mit Ihnen jetzt gerne diskutieren würde. Vielleicht sind Ihnen auch schon ein paar aufgefallen. Überlegen Sie mal, was denn passiert, wenn die höhere Schicht, also in dem Fall zum Beispiel die Netzwerkschicht, einfach anfängt Pakete weiter zu senden. Also wir haben ja in dem Beispiel hier nur ein Paket P gehabt, aber der Automat wird natürlich genauso funktionieren, wenn wir 3, 4, 1000 davon bekommen. Was mache ich dann in dem Beispiel? Ja, in dem Beispiel würde das versagen, weil ich hier nämlich keinerlei Identifizierung der Pakete habe und einfach das nächste Paket nochmal schicken würde. Sie sehen das ja hier ran, ich gehe nochmal zurück. Ich habe jetzt hier ein Paket bekommen von der oberen Schicht, schicke das Paket direkt weg, kriege jetzt gleich noch eins und schicke das weg. Also Paket P1 und P2, wenn Sie so wollen. Und jetzt kriege ich ein Acknowledgement zurück vom Empfänger. Naja, und erkennen Sie das Problem? Auf welches Acknowledgement oder auf welches Paket bezieht sich mein Acknowledgement denn jetzt? Auf Paket 1 oder 2? Weiß ich nicht, ne? Oder auf beide? Weiß ich auch nicht. Ja, und das kann ich natürlich beliebig eskalieren. Stellen Sie sich vor, der Sender würde jetzt einfach mal einen Burst von 1000 Paketen an mich geben. Und ich weiß dann eben, habe dann keinen Bezug mehr zwischen Paketen und Acknowledgements. Und der Herr Kleinschmidt ergänzt noch, völlig korrekt, dass das auch mehrere Timer bedarf. Ich hier aber nur einen Timer eigentlich implementiere. Also ich weiß auch nicht, wie ich meinen Timer setzen sollte tatsächlich. Ja, also da müssen wir nochmal ran und dieses Protokoll nochmal überarbeiten, um dieses Problem zu lösen. Ja, wir haben noch ein zweites Problem hier mit dem Protokoll. Überlegen Sie mal, was passiert, wenn das Acknowledgement weg ist. Ja, dann triggert der Timeout. Und ich wiederhole das Paket P einfach nochmal. Und plötzlich habe ich ein Duplikat. Am Empfänger, ein Teil meines Bitstroms, taucht dann plötzlich doppelt auf. Und ich erkenne das ja nicht. Ich markiere das ja nicht in einer besonderen Art und Weise. Also kreiere ich plötzlich Duplikate, einfach nur deshalb, weil Acknowledgements verloren gegangen sind. Acknowledgements sind ja auch noch Pakete. Die können genauso verloren gehen wie Datenpakete. Schauen wir uns mal eine Überarbeitung dieses Protokolls an, in der Hoffnung, dass wir da eines dieser beiden großen Probleme oder beide sogar vielleicht gelöst haben. Also lösen wir erstmal nur das erste Problem. Indem wir uns auf ein Paket konzentrieren und vermeiden, dass die höhere Protokollschicht dem Sender einfach zu viele Pakete gleichzeitig gibt und der gar keine Chance mehr hat, die Acknowledgements den gesendeten Paketen zuzuordnen. Und das haben wir jetzt hier gemacht, indem wir einen zweiten Zustand beim Sender einführen. Wir haben jetzt zusätzlich noch diesen Zustand Process. Und das bedeutet einfach, wenn ich in dem Zustand bin, nehme ich keinere weiteren Pakete von oben an. Von oben heißt also zum Beispiel von der Netzwerkschicht. Das sehen Sie hier, wenn jetzt das Ereignis auftritt, dass mir die obere Schicht wieder ein Paket P geben will, dann sage ich einfach Busy. Also ich gebe eine Rückmeldung. Das sollte ich auch in einem guten Protokollstack natürlich tun. Da gibt es eine saubere Schnittstelle, die sagt dann einfach der Netzwerkschicht, nee, bin beschäftigt, lass das mal in deinem eigenen Puffer. Und wenn der auch überläuft, dann gib bitte einfach mal dem User Space, also zum Beispiel der Anwendung zurück, dass die gerade das Netzwerk überlastet, oder die Netzwerkschnittstelle überlastet. Aber ich gebe zumindest eine Rückmeldung und ich nehme keine weiteren Pakete mehr an. Vorher habe ich das natürlich mal eins bekommen, ein Paket. Dann habe ich dann dasselbe gemacht wie vorhin. Ich habe das an die physikalische Schicht weitergegeben, habe den Timer gesetzt, bin dann eben in diesen sogenannten Process-Zustand gegangen, also wo ich nichts mehr weiter annehme. Und ich gehe erst wieder aus diesem Zustand raus in meinen Wartezustand. Und im Wartezustand nehme ich dann wieder Pakete von oben an, wenn ich ein Acknowledgement empfangen habe. Und damit weiß ich schon mal, dass wenn ich ein Acknowledgement empfange, muss das zu Paket P gehören. Und sende kein weiteres, bevor ich nicht das Acknowledgement empfangen habe. Ja, wenn ich das empfangen habe, cancel ich natürlich den Timer. Ganz normal. Und bin im Zustand Warten, wo ich hier wieder von oben was annehme. Wenn ich kein Paket innerhalb meines festgelegten Timerouts bekomme, dann passiert dasselbe wie vorher auch. Ich wiederhole das Paket P. Und in dem Fall ist es natürlich garantiert, dass das dasselbe Paket P ist wie vorher, weil ich habe ja kein anderes mehr angenommen von der höheren Schicht. Und setze natürlich den Timer nochmal. Ja, das ist die einzige Änderung. Am Empfänger hat sich nichts geändert. Der reagiert genauso wie vorher. Wenn er von der physikalischen Schichten korrekt das Paket empfängt, gibt er das direkt weiter und schickt ein Acknowledgement raus. Gut, ist das problemfrei? Na ja, was schon mal funktioniert, ist die Flusskontrolle. Ja, wir haben jetzt eine Flusskontrolle, weil wir so ein bisschen Gegendruck erzeugen. Am Link Layer, wir sagen dann in der Netzwerkschicht, nee, nee, ich kann jetzt nicht, ich warte noch auf das Acknowledgement. Der Herr Hilchenbach hat natürlich absolut recht im Chat, dass das ineffizient ist, was hier passiert. Ja, also weil wir im Prinzip nur immer abwechselnd Axt und Pakete empfangen können und immer nur ein Paket gleichzeitig gesendet werden kann. Also es darf immer nur ein Paket ausstehen. Und stellen Sie sich mal vor, die Post würde so Einschreiben verschicken. Also das ist ja etwas Ähnliches, ein physikalisches Beispiel. Und die Post würde jetzt nur ein Einschreiben annehmen und erst wenn der Rückschein da ist, wieder das nächste Einschreiben. Ja, das wäre ziemlich ineffizient, so vom Prozess her. Und Sie können natürlich mit einem Stapel von Einschreiben zur Post gehen und die einfach direkt abgeben dort. Und dann kriegt die Post das schon zugeordnet und ist auch in der Lage, mehrere Acknowledgements zurückzugeben. Und ich sage jetzt mal flapsig, wenn sogar die Post das schafft und auch in der physikalischen Welt das schafft, dann müssten wir das ja auch schaffen, da mehrere Pakete gleichzeitig auf die Leitung zu packen oder zumindest mehrere unbestätigte Pakete zu akzeptieren. Aber gut, so ist es nun mal. Also wir haben jetzt dieses ineffiziente Protokoll einfach mal spaßenshalber aus Erklärungsgründen implementiert und schauen wir uns mal an, ob es denn überhaupt erst mal funktioniert. Das ist übrigens, wie Sie auch immer denken sollten. Also zuerst, bevor Sie überhaupt an Effizienz denken, erst mal an Funktionalität denken. Wenn was nicht funktioniert, müssen Sie sich über Effizienz keine Gedanken mehr machen. Also reden wir erst mal über Funktionalität. Und ja, also im Normalfall klappt das schon mal. Also im Normalfall ist hier, Paket geht raus, kommt beim Empfänger an, der schlägt den Akt zurück. Also das ist soweit erst mal okay. Und wie gesagt, der Teil ist zyklisch, der wiederholt sich dann hier eben. Wenn ein Paket verloren geht, das ist hier markiert im oberen Fall, ist das auch gewünschtes Verhalten, dass kein Acknowledgement zurückkommt. Und dann triggert der Timeout. Und dann wird das Paket nochmal geschickt. Hier auch, wie gesagt, an die höhere Schicht gegeben und ein Akt zurückgeschickt. Also soweit funktioniert das, würde ich sagen. Also die Flusskontrolle funktioniert und im Normalfall funktioniert auch die Rückwärtsfehlerkorrektur. Und hier wird ja auch die Paketordnung nicht manipuliert. Dadurch, dass immer nur ein Paket gleichzeitig auf der Leitung ist, kriegen Sie ja auch keine Umsortierung der Pakete, zum Beispiel durch Fehler. So, was passiert denn jetzt aber, wenn Acknowledgements verloren gehen? Ja, der Fall ist hier dargestellt. Ja, das Paket wird gesendet. Das wird ordnungsgemäß nach oben weitergegeben an die höhere Schicht. Die antwortet auch noch ordnungsgemäß. Antwortet hier das Linklehr mit dem Ack. Das Ack geht aber verloren. Ja, und was passiert? Nach Speck, ganz einfach, der Timeout triggert irgendwann. Und wir wiederholen das Paket. Der Sender weiß ja nicht, ob das Paket oder das Ack verloren gegangen ist. Der weiß ja nur, dass kein Ack für dieses Paket angekommen ist. Also sendet er das Paket nochmal. Das wird weitergegeben an die höhere Schicht. Und das Ack wird ordnungsgemäß zurückgeschickt. Und hier ist das Problem natürlich aufgeschrieben. Sie sehen es auch. Plötzlich habe ich eine Verdopplung von Paketen. Ja, also Sie haben, ein Teil des Bitstroms ist dupliziert. Und das müssen Sie, damit müssen Sie umgehen. Also das müssen Sie entweder markieren oder erkennen. Oder wenn Sie das nicht tun, wie hier in dem Beispiel angenommen wird, haben Sie natürlich trotzdem einen korrupten Datenstrom. Ja, und das, obwohl eigentlich die Datenübertragung komplett funktioniert hat. Ja, also das müssen wir fixen. Wie fixen wir es? Wenn Sie eine Idee haben, können Sie das ja in den Chat schon mal schreiben. Bevor wir das fixen, würde ich erst mal das Problem noch ein bisschen analysieren. Also der Sender, das Problem hier ist, dass der Sender nicht zwischen einem verlorenen Paket und einem verlorenen Acknowledgement unterscheiden kann. Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als das Paket noch mal zu senden. Der Empfänger kann hier nicht zwischen einem neuen Paket und einer redundanten Kopie eines alten Pakets unterscheiden. Ja, daher kann er das Duplikat auch nicht erkennen und gibt das direkt weiter. Ja, also brauchen wir zusätzliche Informationen. Und der Herr Butt hat auch schon mal im Chat geschrieben, ja, ein Header. Genau. Ja, diese zusätzliche Informationen würden wir in einem Header angeben. Die Frage ist nur, was machen wir da genau, ne? Also Header ist ja einfach nur eine Datenstruktur, da kann ja irgendwas drinstehen. Die spannendere Frage ist, was kommt da genau rein? Und hier steht es auch, schon als Lösung, wir machen da eine Sequenznummer rein, ja? Also wir fangen jetzt an, unsere Pakete zu indizieren, also den Namen oder Nummern zu geben. Um dem Empfänger zu sagen, welches Paket denn jetzt kommt oder welches Paket überhaupt erst mal da ist und dann vielleicht auch, welches Paket kommen soll. Also wir bauen uns so einen kleinen Index auf. Ja, das packen wir in den Header. Und ja, die einfachste Sequenznummer der Welt, die ist binär, ne? Die ist einfach nur ein Bit. Und dann haben wir zwei mögliche Werte der Sequenznummer, und zwar 0 oder 1. Und das implementieren wir jetzt mal. Und diese Sequenznummer brauche ich natürlich sowohl im Datenpaket als auch im Acknowledgement. Ja, ich muss ja wissen, auf welche Sequenznummer, also auf welches Datenpaket sich ein Acknowledgement bezieht und daher muss das natürlich auch die entsprechende Sequenznummer tragen. Man kann jetzt wieder sich überlegen, was diese Sequenznummer genau bedeuten soll. Also das muss man festlegen in der Konvention. Üblich ist, dass man die Sequenznummer des letzten korrekt empfangenen Pakets zurückgibt. Also dass man einfach sagt, habe Paket 1 korrekt empfangen. Das ist dann die Bedeutung der Sequenznummer im Ack. Man kann das aber auch anders definieren. Man kann natürlich auch sagen, ich sende einfach die Sequenznummer des nächsten erwarteten Pakets zurück. Also dann würde ein Ack 1 bedeuten, ich erwarte als nächstes Paket 1. Ja, habe übrigens, bedeutet das implizit, ich habe Paket 0 korrekt empfangen in diesem binären Sequenznummerraum. Das ist Konvention. Da dann immer im Zweifelsfall nachfragen, genau was die Sequenznummer bedeutet. Ich werde es Ihnen in Folge, in den Beispielen dann natürlich jeweils definieren. Gut, bauen wir damit jetzt mal einen Protokollautomaten. Wir haben jetzt also Sequenznummern, und zwar eine binäre Sequenznummer, also die die möglichen Werte 0 oder 1 hat. Und Sie sehen jetzt hier, dass wir für jeden dieser möglichen Werte der Sequenznummer einen Ready- und einen Process-Zustand haben in unserem Sender-Zustandsautomaten. Ja, Sie sehen hier, das ist einfach nur dupliziert. Das, was wir vorher hatten, vorher hatten wir auch einen Ready- und Process-Zustand und das habe ich jetzt zweimal, und zwar einmal für den Sequenznummernwert 0 und einmal für den Sequenznummernwert 1. Ich habe jetzt auch zwei Wartezustände am Empfänger, einmal für den Sequenznummernwert 0 und einmal für den Sequenznummernwert 1. Weil es hängt ja jetzt vom Sequenznummernwert ab, welches Paket ich genau erwarte und welches Acknowledgement ich genau schicke. Und deswegen brauche ich hier einen Zustand pro Sequenznummernraum oder pro Sequenznummernwert. Gut, ansonsten ist das jetzt nicht groß anders als vorher. Wir können es aber auch mal gerne durchspielen. Also wir fangen einfach mal an. Wir gehen mal bei unserem Beispiel jetzt davon aus, dass wir uns initial in dem Zustand Ready 0 befinden. Wir haben ja noch kein Paket bekommen, also müssen wir uns im Zustand Ready befinden. Und ich definiere jetzt einfach mal, wir fangen hier an. So, dann kommt das ereignendes Paket von der höheren Schicht. Das kennen wir ja schon. Das gebe ich einfach an die tiefere Schicht weiter, füge jetzt aber hier zum Beispiel im Header den Sequenznummernwert 0 hinzu. Das ist jetzt hier eine entscheidende Änderung, die wir gemacht haben im Protokollautomaten, die so klein und unscheinbar aussieht, aber die tatsächlich einen großen Unterschied macht. Und setzt natürlich meinen Timer. Gehe in den Zustand Process 0, indem ich jetzt einfach auf den Ack warte und während dieser Zeit, wie Sie ja vom vorigen Beispiel wissen, von der höheren Schicht erstmal nichts weiter annehme. und wenn ich jetzt das Ack 0 bekomme, das ist der erwartete Fall, der Normalfall, wenn alles gut funktioniert, kriege ich ein Ack 0. Das Paket, was ich gerade versendet habe mit der Sequenznummer 0, wird bestätigt. Dann cancel ich den Timer und gehe in den Zustand Ready 1. Gehen wir mal die anderen Zustände hier, die anderen Übergänge im Prozess 0 Zustand durch. Wenn das nicht der Fall ist, triggert irgendwann mein Timeout und ich wiederhole das Paket natürlich auch mit der Sequenznummer 0. Und wenn ein Ack 1 reinkommt, also ein Acknowledgement mit einer falschen Sequenznummer, die würde ich ja hier nicht erwarten. Ich habe ja ein Paket 0 geschickt und warte auch nur auf Bestätigung dieses Pakets. Dann ignoriere ich das. Dann tue ich einfach gar nichts. So, jetzt hat der Empfänger hier Paket 0 rausgeschickt. Was macht der Sender dann? Naja, der Sender befindet sich initial auch im Warte-Null-Zustand. Einfach per Konvention in unserem Beispiel hier. Und wenn der natürlich ordnungsgemäß von der unteren Schicht ein korrektes Paket mit der erwarteten Sequenznummer 0 reinkriegt, dann gibt er das ordnungsgemäß empfangene Paket auch einfach an die höhere Schicht weiter und schickt ein Acknowledgement 0 raus. Das war der Fall hier, den wir auch hier erwartet haben. Also das ist dann genau, was zu diesem Übergang führt. Wenn der von der unteren Schicht, das ist leider vertikal dargestellt, aus Platzmangel, aber Sie können es hoffentlich lesen, wenn wir im Zustand Warte 0 sind beim Empfänger und wir bekommen ein Paket mit der Sequenznummer 1 von der physikalischen Schicht, dann schicken wir auch ein Acknowledgement 1 raus, weil wir haben es ja empfangen, geben es aber nicht weiter, weil wir würden es ja nicht erwarten. Also das würde ja auch wieder genau zu diesem Duplikat führen. Wenn wir hier in dem Beispiel das Paket 1 weitergeben würden, dann würden wir ja sozusagen die Ordnung der Pakete verändern. Aber um zum Beispiel den Pfeil abzufangen, dass ein voriges Acknowledgement 1 verloren gegangen ist, senden wir es hier gerne nochmal. Aber wichtig hier, schauen Sie, das wird nicht hochgegeben, dieses Paket 1, weil wir warten ja nur auf ein Paket 0. Also das ist das einzige Paket, was wir hier in dem Beispiel weitergeben. Gut, haben wir das gemacht, sind wir im Zustand Warte 1 und setzen sich da mal im Kopf einfach eine Marke. Wir sind hier im Zustand Warte 1 und ich bin jetzt hier natürlich im Sender im Zustand Ready 1 und würde wieder von der höheren Schicht Pakete entgegennehmen. Die gibt uns also wieder ein Paket P, zum Beispiel das nächstfolgende. Das würden wir jetzt natürlich mit einer Sequenz Nummer 1 im Header versehen, wieder unseren Timer setzen und wenn wir ein Acknowledgement bekommen für dieses Paket 1, würden wir natürlich in den Zustand Ready 0 gehen und der Zyklus wäre geschlossen. Wir würden wieder Pakete von der höheren Schicht erwarten. Ansonsten machen wir eigentlich dasselbe, wie wir es vorher beim Prozess 0 Zustand gemacht haben, nur jetzt eben für die Sequenz Nummer 1. Das heißt, wenn ich in Act 0 reinkriege, also wenn das falsche oder das unerwartete Paket bestätigt wird, ich warte ja auf ein Acknowledgement für Paket 1, Act 0 würde jetzt hier unerwartet sein, mache ich einfach nichts. Wenn mein Timeout triggert, würde ich das Paket mit der Sequenz Nummer 1 nochmal wiederholen und wenn ich von der höheren Schicht was reinkriege, das ist ja meine Flusskontrolle, die haben wir ja schon vorher implementiert, sage ich einfach, ich bin busy. Ja, damit haben wir jetzt hier alle Fälle eigentlich durchgesprochen. Der Empfänger würde jetzt natürlich, wenn er im Zustand 1 ist und das korrekte Paket mit der Sequenz Nummer 1 reinkriegt, also sowohl korrekt als auch erwartet, dass auch Spiegelverkehr zu oben einfach weitergeben an die höhere Schicht und ein Acknowledgement für das korrekte Paket weiterschicken und in den Wartezustand 0 wiedergehen. Und wenn er dann ein unerwartetes Paket 0 korrekt empfängt, also das Paket hier mit der Sequenz Nummer 0, Sie sehen das hier, würde er auch genau wie oben das Acknowledgement 0 rausschicken, das Paket aber nicht weitergeben, um Umsortierungen im Paket Strom zu vermeiden. Ja, damit haben wir das hoffentlich ausführlich durchgespielt und diskutieren wir es mal ein bisschen. Die dritte Variante ist korrekt. Das ist ein zuverlässiges Protokoll und das hat auch einen Namen, das heißt Alternating Bit Protocol. Einfach aufgrund dieses Ein-Bit-Sequenz-Nummern-Raums, der halt immer alterniert zwischen diesen beiden Bit-Werten 0 und 1. Man nennt es auch manchmal Stop and Wait. Ganz einfach deshalb, weil ich natürlich immer auf das richtige Acknowledgement warte, bevor ich das nächste Paket weiterschicken kann. Es gibt auch den Namen Send and Wait, der meiner Meinung nach ein bisschen besser passt. Also Send and Wait wäre ein alternativer Name noch dafür, der einfach diese Ineffizienz nochmal so ein bisschen ausdrückt, indem eben erst das Acknowledgement mit der korrekten Sequenznummer oder mit der erwarteten Sequenznummer empfangen werden muss, bevor das nächste Paket weitergeschickt werden kann. Das ist ein ganz klassisches ARQ-Protokoll, trotzdem trotz dieser Ineffizienz, in dem auch eine Art von Flusskontrolle implementiert ist. Und wie gesagt, Funktionalität ist ja hier erst mal wichtiger als Effizienz. Zur Effizienz kommen wir natürlich gleich. Wichtig nochmal zu betonen, ich habe es ja mehrfach schon vorab gesagt, dass das Acknowledgement hier zwei Zwecke hat. Der erste Zweck wäre, es bestätigt. Es bestätigt, dass der Empfänger das Paket empfangen hat. Das ist die Rückwärtsfehlerkorrektur. Also dieser Oberteil, diese Bestätigung. Es erlaubt aber auch dem Sender, das nächste Paket zu senden. Und das ist die Flusskontrolle. Also das hat eine duale Funktion hier, dieses ARQ. Das kann man separieren, also man kann sowas separat implementieren. Man kann natürlich diese implizite Erlaubnis, dass der Sender das nächste Paket senden darf, einfach ignorieren. Aber es ist natürlich geschickt, dass man hier beides gleichzeitig kriegt. Also dass man hier sowohl eine Rückwärtsfehlerkorrektur als auch eine Flusskontrolle gleichzeitig mit dem Acknowledgement abbilden kann. Und das wird in der Regel auch so gemacht. Also zum Beispiel die TCP-Flusskontrolle oder die Flusskontrolle bei LTE im Link Layer zum Beispiel verwendet auch diese duale Funktion. Gut, reden wir über Effizienz. Jetzt sind wir mit der Funktionalität zumindest für dieses einfache Beispiel durch. Also schauen wir uns mal die Effizienz dieses Alternating-Bit-Protokolls an. Sie hatten ja da schon so im Chat ihre Bedenken und ich habe es ja auch schon erwähnt. Die Effizienz ist natürlich bemerkenswert niedrig. Was ist denn erstmal Effizienz? Na ja, ich definiere es Ihnen hier. Das ist die Zeit, die ich für Nutzdaten habe. Ja, das nehme ich jetzt einfach mal T-Packet. Das ist die Generierungszeit, die wir benötigen, um die Bits in unserem Paket auf die Leitung zu laden. Ja, und die rechnen Sie ganz einfach so aus. Das ist die Paketgröße durch die physikalische Datenrate. Ja, das ist ganz klar. Und da kommt natürlich eine Zeit raus. Also ja, S ist in Bits zum Beispiel gegeben. Wenn die Datenrate in Bits pro Sekunde gegeben sind, haben Sie hier wieder Sekunden raus. Und das sagt Ihnen einfach, so lange brauchen Sie, um die Bits, die in diesem Paket stecken, das hängt natürlich von der Paketlänge ab und von der Datenrate ab, auf die Leitung zu legen. Ja, und das ist auch gleichzeitig die Zeit, die in meinem Effizienzverhältnis oben steht, weil das ja die Nutzzeit. Das ist ja die Zeit, die ich brauche, um Nutzbits zu versenden. So, und das teile ich jetzt durch die gesamte andere Zeit, die ich benötige, um die Daten in diesem Paket und die ganze Verwaltungsinformation zu übertragen. Und das ist hier in dem Beispiel eine ganze Menge. Ja, hier ist es mal aufgezeichnet auf der rechten Seite. Sie sehen hier die Generierungszeit des Pakets. Das ist hier auch nochmal grau schraffiert. Unter dem geht es nicht. Das ist sozusagen meine Nutzzeit. Die brauche ich. Naja, und dann habe ich jetzt hier noch andere Zeiten, ja, die ich dann sozusagen im Effizienzverhältnis dagegen rechnen muss. Also das ist hier in dem Beispiel einmal die Roundtrip-Time und Sie sehen, wo die herkommt. Die kommt ganz einfach daher, dass Sie natürlich eine Verzögerung haben, also einmal die Verzögerung D, um überhaupt erst mal das Originalpaket zu versenden. Das braucht ja eine gewisse Zeit, bis da auch das erste Bit aus diesem Paket angekommen ist. Und das messen wir hier mit D. Jetzt haben Sie das zweite Delay D, bis die Acknowledgement angekommen ist. Also insgesamt eine Roundtrip-Time, die Sie das hier erst mal kostet. Einmal hin und einmal zurück. Einmal hin für das Datenpaket, einmal zurück für das Acknowledgement. Zusätzlich zu Roundtrip-Time haben Sie jetzt auch noch die Generierungszeit des Acknowledgements. Ja, das muss ich ja hier unten als Zusatzinfo, als Verwaltungsinfo, man sagt auch gerne Overhead, dazu zählen. Weil das bräuchte ich ja ohne ARQ nicht. Ja, also muss ich das hier auch abziehen. Und die Effizienz ist natürlich nicht besonders hoch. Aber was viel interessanter ist, ist, dass Sie sehen, wie wichtig die Roundtrip-Time, also Ihre Pinkzeit hier in dieser Rechnung ist. Ja, also je größer die Pinkzeit, desto schlechter die Effizienz. Ja, Roundtrip-Time oder Pinkzeit steht im Nenner. Das heißt, die Effizienz sinkt massiv, wenn Ihre Pinkzeit hochgeht. Ja, und das einfach deshalb, weil ich hier eben einen Umlauf warten muss, sozusagen pro Paket, wie gesagt. Und das ist eben genau das Problem. Ja, das müssen wir lösen. Also wir müssen dafür sorgen, dass wir hier pro Paket nicht eine Pinkzeit warten müssen. Gegen die Generierungszeit der Acknowledgements werde ich eigentlich nichts tun können, weil ein bisschen Daten muss ich ja zurückschicken. Ja, also auch wenn es nur zwei Bits sind, also ein Bit, um zu markieren, dass das ein Ack ist und ein Bit, um meine Sequenznummer abzubilden. De facto werden es ein bisschen mehr sein, weil ich ja auch eine Adressierung zum Beispiel auf dem Link Layer brauche und vielleicht da auch eine CAC anhängen will. Aber dagegen werde ich relativ wenig machen können. Das kann ich mir effizient überlegen, aber dann kann man da nichts mehr rausholen. Also was ich machen muss, ist, ich muss dieses D hier im Nenner, den Einfluss dieser Roundtrip-Time verringern. Wie können wir das machen? Naja, relativ einfach. Wir können anfangen, mehrere Pakete auf einmal rauszusenden. Ja, und das ist hier gezeigt. Ich erlaube einfach mehrere Pakete, die noch Bestätigungen offen haben. Also dafür, für die stehen Acknowledgements noch aus. Ja, das ist, was ich vorhin meinte mit meinem Postbeispiel. Ich gehe mit einem Stapel von Einschreiben zur Post und gebe die ab. Ja, damit erlaube ich ja, dass mehrere Rückscheine für diese Einschreiben, also Bestätigungen, Empfangsbestätigungen ausstehen. Ja, das ist hier dargestellt und hier sieht man ein wunderbares Pipelining, wo es lediglich unterbrochen wird. Ja, also Sie sehen hier die Generierungszeiten der Pakete und die werden lediglich durch die Generierungszeiten der Acknowledgements unterbrochen. Also in der Zeit wird hier in diesem Beispiel kein Paket empfangen und deswegen muss man das rausnehmen, aber im Prinzip hier habe ich ein komplettes Pipelining und eine relativ gute Effizienz. und pro Paket gerechnet kriegt man dann einfach dieses Verhältnis. Ich habe meine Nutzzeit, also die Zeit für meine Nutzdaten im Paket geteilt natürlich durch diese Zeit wieder, ja, weil das muss ich machen, ansonsten würde ich ja hier nur 0 im Nenner haben. Wenn ich die Acknowledgements wegnehme, können Sie auch einfach daran sehen, T-Packet durch T-Packet ist 100%, 100% Effizienz, besser geht es nicht. Hier muss ich aber noch von der Effizienz sozusagen was abrechnen, ja, also muss ich noch im Nenner natürlich die Generierungszeit meines Acknowledgements hinzufügen und da ich das pro Paket rechne, dieses Effizienzverhältnis, aber jedes Paket ja hier gleich behandelt wird, kann ich das natürlich so einfach aufschreiben und einfach sagen, der Nenner ist Paketgenerierungszeit plus Acknowledgementgenerierungszeit. So, ich glaube, hier ist noch ein Fehler in der Folie, das müsste ein größer sein, ja, das müsste ein erhebliches größeres Verhältnis sein als das Verhältnis beim Alternating Bit. Das sehen Sie ja daran, dass ja hier der Nenner viel kleiner ist, ne, wenn ich dieselbe T-Packet- und T-Act-Zeiten nehme, dann ist hier jetzt mein D entfernt und damit ist jetzt hier der Nenner viel kleiner, also muss das Effizienzverhältnis erheblich größer sein als das vorige Effizienzverhältnis von Alternating Bit. Ja, also Achtung hier, das muss ein größer sein oder vielleicht sogar so ein Doppelgrößerzeichen für erheblich größer. Gut, das ist ein schönes Pipelining, was wir hier implementiert haben, da wollen wir eigentlich für hohe Datenraten immer drauf hinaus beim Design von Kommunikationssystemen. Jetzt habe ich natürlich ein Problem, das geht mit Alternating Bit nicht mehr, weil mit Alternating Bit darf ich ja maximal ein Paket ausstehend haben. Ich habe ja nur einen binären Sequenznummernraum, und das war ja gerade die Idee, dieses abwechselnd, ja, also dieses Schwingen zwischen Sequenznummer 0 und 1 immer hin, her, hin, her und das kann ich natürlich hier nicht mehr machen. Ich brauche also größeren Sequenznummerraum, weil ich mehr als ein Paket ausstehend haben kann oder haben muss, um das Pipelining zu realisieren. Und da kommen jetzt natürlich auch wieder unsere Kosten her. Also ich muss jetzt natürlich einen höheren Sequenznummernraum erlauben, was bedeutet, ich muss mehr Bits im Header der Datenpakete und der Acknowledgements erlauben. Das heißt, mein Header vom T-Packet oder vom Packet wird größer und mein Header des Acknowledgements wird größer. Ja, und wir haben auch noch eine andere Annahme hier gemacht, die ich Ihnen eingangs nicht erklärt habe. Der Sender darf hier gleichzeitig senden und empfangen. Sie sehen es hier an dem Beispiel. Hier empfange ich das Acknowledgement von meinem grauen Paket, während ich das dunkelblaue Paket sende. Das geht natürlich in manchen Systemen nicht, insbesondere in drahtlosen Systemen, also in Wi-Fi, also in WLANs oder in Mobilfunksystemen geht das nur mit sehr hohem Aufwand auf der physikalischen Schicht. Also das ist nicht trivial, gleichzeitig zu senden und zu empfangen in allen Systemen. Daher ist das auch eine Annahme, die vielleicht nicht für jede physikalische Schicht hält. So, gibt es noch eine Option, wie wir das besser machen können als Full-Duplex zu verwenden und die vielleicht auch eher dem entspricht, was dann auch wirklich implementiert wird. Ja, die gibt es natürlich und das ist das sogenannte Sliding-Window-Protokoll und jetzt kommen wir sehr nah an das ran, was sie dann auch wirklich in TCP und zum Beispiel auf der Schicht 2.2, sage ich jetzt mal, in LTE zum Beispiel haben. und ein Sliding-Window-Protokoll kann mehrere ausstehende Pakete verwalten und das macht es natürlich zum einen auf Basis eines längeren Sequenznummern-Raums, also zum Beispiel von in Bits, damit habe ich einen Sequenznummern-Raum von 2 hoch n. Ja, wie gesagt, das Alternating-Bit wäre dann ein Spezialfall, da haben sie dann hier bei n gleich 1 stehen, aber üblicherweise natürlich bei Sliding-Window bin ich bei n größer 1 und dann muss ich mir überlegen, wann darf ich denn welche Sequenznummern davon verwenden während meines Sende-Empfangsprozesses. Ja, das war ja beim Alternating-Bit-Protokoll ganz genauso, da durften sie ja pro Zustand immer nur eine Sequenznummer verwenden. Deswegen hatten wir unseren Zustand Weight 0 und Weight 1 oder Receive 0 und Receive 1 im Empfänger und im Sender hatten wir jeweils diese Weight- und Prozesszustände auch jeweils für den Sequenznummernwerten 0 und 1. Also das muss ich auch machen. Ich muss hier also so eine Buchführung etablieren, wann ich denn welche Sequenznummer nutzen darf. Und dafür verwende ich diese Sliding-Windows oder Schiebefenster könnte man auf Deutsch sagen, die einfach über diesen Nummernraum geschoben werden. Wir schauen uns das gleich auch grafisch an. Merken Sie sich aber eins, wir schieben das Fenster über den Nummernraum, wir schieben das nicht über die Paketdaten. Das ist ein Unterschied. Ein Nummernraum ist einfach nur ein Zahlenstrahl oder eine Zahlenkette und da legen wir mit so einem Schiebefenster einen Bereich fest von Sequenznummern, denen wir erlauben. Das ist was anderes als zum Beispiel direkt auf den Daten oder auf den Paketdaten zu arbeiten. Das wird oft durcheinander gebracht. Da werden wir im Praktikum deshalb auch noch mal ein bisschen genauer darüber reden, dass Sie das nicht verwechseln. Gut, ich habe zwei Fenster. Ich habe ein Senderfenster, logischerweise am Sender und die gibt mir einfach die Menge oder die Untermenge der Sequenznummern, deren Benutzung ich zu einem bestimmten Zeitpunkt, zum aktuellen Zeitpunkt erlaube. Und dann habe ich am Empfänger natürlich das Empfangsfenster, was auch mir die Untermenge der Sequenznummern angibt, die ich zum aktuellen Zeitpunkt erlaube. Und dieses Empfangsfenster ist maximal W-Frames groß. Und das ist natürlich die Größe meines Empfangspuffers. Wenn ich einen großen Empfangspuffer habe, dann habe ich natürlich ein großes W und damit auch einen großen erlaubten Sequenznummerraum am Empfänger. Zumindest initial. Wie wir den manipulieren, dazu komme ich gleich. Wann habe ich große Empfangspuffer? Na ja, zum Beispiel, wenn ich toleranter gegenüber Verzögerungen bin. Das habe ich Ihnen ja in einer der vorgehenden Termine schon mal erklärt, dass so die Puffergröße im Wesentlichen so etwas wie die Delay Tolerance, also die Verzögerungstoleranz angibt. Und natürlich bei so etwas wie Echtzeit-Videovorlesungen würde ich eher einen kleineren Empfangspuffer wählen. Und bei so etwas wie YouTube Streaming, wo ich nicht in Echtzeit irgendwas herunterladen muss oder nur in einer sehr entspannten Echtzeitsituation agiere, oder bei einem reinen Herunterladen von Dateien, würde ich mir auch gerne ein größeres W erlauben, um dann einfach das Pipelining auch mehr auszunutzen. Weil W definiert ja, wir sind ja hier bei der Flusskontrolle, wir sind hier dabei, die Flusskontrolle zu verallgemeinern. W definiert, wie viele Pakete unbestätigt bleiben können, also quasi unbestätigt noch im Kanal sein können. Und damit definieren wir ja auch, wie gut wir den Kanal auslasten können. Also W hat einen direkten Einfluss auf meinen Durchsatz. Dazu komme ich aber nachher noch. Entweder nachher oder beim nächsten Mal. Schauen wir mal. Gut, Sliding Window, hier ist mal eine grafische Darstellung eines Beispiels für die Empfangspuffergröße 7. Die Einheit ist hier Frames, ja, also oder Pakete. Also 7 Pakete können initial im Empfangsspeicher gespeichert werden oder im Empfangspuffer gespeichert werden. Dementsprechend ist die initiale Größe des Empfängerfensters auch 7. So, hier das Empfängerfenster ist hier unten angegeben. Hier oben sehen wir das Sendefenster. Sie sehen hier unseren Zahlenstrahl, ja, wenn Sie so wollen. Also das sind hier die möglichen Sequenznummernwerte. Ja, die fangen jetzt hier bei 0 an und gehen dann bis 7. Und Sie sehen, dann wiederholt sich das, da ist also ein Modulo drin. Ja, bei AlternatingBit hätten wir hier auch nur einen einbittigen Modulo. Dann würden wir einfach 0,1, 0,1, 0,1 haben. Hier haben wir jetzt hier eben 0 bis 7. Und man kann es sich immer ganz gut so vorstellen, wenn man sagt, dass das Fenster die Jetztzeit betrachtet, also der blau markierte Bereich hier ist das Sendefenster und das ist jetzt, also aktuelle Zeit. Rechts davon haben Sie die Zukunft, links davon haben Sie die Vergangenheit. Also so kann man sich das relativ einfach erklären, was das jetzt hier alles bedeutet. Und dann haben wir so bestimmte Abschnitte gebildet. Ich fange mal in der Vergangenheit an. Links, ganz früher, haben wir die Sequenznummern der Rahmen, die wir bereits übertragen haben und die bereits bestätigt wurden. Also die sind erledigt, mit anderen Worten. Alles ordnungsgemäß übertragen und ordnungsgemäß bestätigt. 5 in diesem Beispiel, also alles vor diesem Pointer hier, Sie können sich das wirklich so als Modulo-Vektor mit einem Pointer vorstellen zum Beispiel. So könnte man es zum Beispiel implementieren. Und der letzte vor diesem Pointer in der Mitte, das wäre zum Beispiel Frame 5 und das wäre natürlich der letzte, der acknowledged wurde. Rechts davon habe ich jetzt ein Frame, den ich schon übertragen habe, Frame 6 und 7, die aber noch nicht bestätigt wurden. Also die sind noch nicht ganz erledigt. Sind so halb erledigt, sage ich mal. Und hier im Fenster habe ich jetzt Jetzt-Zeit, also das ist, was ich aktuell jetzt senden darf. Also wenn ich jetzt Pakete senden will, darf ich das tun. Ich darf 5 Pakete senden und die müssen dann die Sequenznummern 0 bis 4 bekommen. Und rechts davon habe ich Sequenznummern, die ich in Zukunft benutzen darf. Aktuell noch nicht, ja, aber in Zukunft. Wann darf ich zum Beispiel die Sequenznummer 5 benutzen? Naja, wenn ich ein Ack empfange, dann setze ich nämlich dieses Fenster um 1 nach rechts fort. Wenn ich jetzt also ein gültiges Ack empfange, gültig würde ein Ack sein, was ich erwarte, ja. Was erwarte ich? Naja, ich erwarte Ack für Sequenznummer 6 und 7. Und wenn ich 1 von beiden empfange, würde ich das Fenster hier vergrößern und auf 5 gehen und dürfte dann tatsächlich 6 Pakete auf einmal schicken. Achtung, ich schiebe es nicht automatisch, ich vergrößere es nur. Ja, für jedes empfangene Ack vergrößere ich. Hier steht es auch noch mal. So, wenn ich jetzt aber schieben will, heißt ja Sliding-Bindow, dann muss ich auch mal das Fenster links schrumpfen lassen. Und wann schrumpft das Fenster links? Naja, das schrumpft dann, wenn ich ihn natürlich sende. Also wenn ich jetzt mit einer dieser erlaubten Sequenznummer einen Frame sende, also idealerweise mache ich es von links ab, also nehme jetzt Sequenznummer 0, sende einen Frame mit der Sequenznummer 0 raus, dann nehme ich den natürlich raus, verkleinere mein Fenster um 1, dann hätte ich die Grenze hier, ich versuche das mal zu malen so mit dem Cursor. Und damit landet 0 natürlich in der Untermenge der bereits gesendeten, aber unbestätigten Frames. Und daher kommt dieser Verschiebeeffekt. Also für jedes empfangene Ack rechts einen dazu, für jeden gesendeten Frame links einen weg. So, das ist die Perspektive wie beim Sender. Semaphore wäre auch eine Möglichkeit, sowas zu implementieren in Helchenbach. Und Flusskontrolle haben Sie übrigens auch in Betriebssystemen und in Datenbanken. Das Konzept ist allgemein. Natürlich in Telco interessiert uns das von einem anderen Blickwinkel, aber Sie haben natürlich auch in der Datenbank das Problem, wenn Sie Inkonsistenzen vermeiden wollen. Wir hatten ja hier auch ein paar Beispiele für Inkonsistenzen. Duplikate zum Beispiel wären so ein Beispiel. Das kann natürlich mit Paketen genauso auftreten wie mit Datenbakeinträgen. Also da gibt es eine Analogie. Das haben Sie absolut richtig erkannt. Gut, schauen wir uns mal den Empfänger an. Der Empfänger hat auch dieses Schiebefenster und hat auch diese Zeitabschnitte, die zum Beispiel durch diese Pointer voneinander getrennt werden. Und auch da haben Sie links sozusagen die Vergangenheit und rechts die Zukunft und im Fenster die aktuelle Zeit, wenn ich das mal so vereinfacht sagen darf. Links haben wir also die Frames, die bereits empfangen und bestätigt wurden. Haben wir also hier genau denselben Zustand wie oben in dem Beispiel. Das muss nicht so sein. Die müssen ja nicht immer synchron sein, aber initial zum Beispiel haben wir es so. Dann haben wir hier die Frames 6 und 7. Die sind auch schon empfangen. Also insofern stimmt Sender- und Empfangssicht hier überein. Sind aber noch nicht bestätigt, wie wir ja bereits vom Sender wissen. Und dann habe ich hier im Fenster, das ist jetzt tatsächlich ein Unterschied zur Bedeutung des Sendefensters. Also hier im Empfangsfenster habe ich jetzt natürlich nicht Frames, die ich sende, sondern hier habe ich Frames, die ich erwarte. Das sind also die gültigen Sequenznummern, die ich erwarten würde als nächstes. Also Frames, die hier reinkommen, würde ich akzeptieren. Und dann natürlich, wenn ich jetzt einen dieser Frames empfangen habe, die in diesem Empfangsfenster stehen, zum Beispiel ein Frame mit einer Sequenznummer 0, dann würde ich hier dieses Fenster links um einen kürzer machen und würde damit den Frame mit der Sequenznummer 0 in die Untermenge der Frames packen, die bereits empfangen, aber noch nicht bestätigt sind. Also ähnlicher Mechanismus wie oben, nur eben aus der Empfängerperspektive. Rechts würde ich das Fenster dann wieder größer machen, wenn ich einen Ack rausgeschickt habe. Weil wenn ich einen Ack rausgeschickt habe, ist der Frame für mich erledigt und ich kann wieder einen nächsten Frame akzeptieren, als Empfänger. Also ich erlaube sozusagen dem Sender dann wieder eine höhere Sequenznummer zu verwenden. Gut, soweit zum Ablauf. Ja, einfach nochmal in Ruhe auf sich wirken lassen, vielleicht zu Hause nochmal ein bisschen drüber meditieren. Im Prinzip steht, was passiert hier alles drauf und das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel. Das wird im Stallings auch ganz gut erklärt. Also das wird im Tannenbaum eigentlich auch ganz gut erklärt. Das sind ja beides Bücher, die habe ich Ihnen hier für die Vorlesung angegeben. Da können Sie mal reinschauen. Machen wir mal ein Beispiel. Ich definiere Ihnen erst mal, was mein Ack bedeutet. Mein Ack bedeutet nämlich jetzt ein bisschen was anderes als vorher. Ich mache so etwas wie kumulative Acknowledgement jetzt und ich sage, wenn ich ein Receive Ready, also meine Acks heißen jetzt Receive Ready und wenn ich ein Receive Ready mit der Zahl n schicke, zum Beispiel sagen wir mal Receive Ready 4, dann heißt das zwei Dinge. Erstens ich habe alle Frames bis Frame 3, also n-1 empfangen. Das ist ein sogenanntes kumulatives Acknowledgement, also ich bestätige alle vorhergegangenen Frames und ich bin bereit Frame 4 zu empfangen. Das ist jetzt keine Magie, das ist einfach nur Konvention, was dieses Receive Ready bedeutet. Man kann das so implementieren, man kann das auch anders implementieren. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, das muss man einfach im Protokoll dann festlegen. Gut, spielen wir es mal durch, was hier passiert. Sie sehen links den Sender und rechts den Empfänger und Sie sehen links natürlich das Sendefenster und rechts das Empfangsfenster blau schraffiert. Die Fenstergröße ist initial bei beiden gleich, in beiden Fällen sieben Frames groß. Das ist also auch noch durch den Empfangsproferwert der Länge 7 definiert und initial sind die natürlich auch synchron, also die gehen initial vom selben Zustand des Fensters aus. Gut, jetzt schickt Host A, also der Sender, schickt jetzt drei Frames raus, einfach in der Reihenfolge hier, die hier im Fenster gegeben ist und verringert natürlich dementsprechend das Sendefenster, bis er dann auf Frame 3, also bis es dann nur noch Frame 3 bis 6 enthält und fügt Frame 0 bis 2 in die Gruppe der gesendeten und unbestätigten Frames ein. Die Frames werden ordnungsgemäß empfangen vom Host B, der daraufhin sein Empfangsfenster verkürzt. Jetzt schickt Host B ein Receiver ID 3, bestätigt damit alle vorhergehenden Frames, also Frame 0 bis 2 und sagt, er ist bereit, Frame 3 als nächstes zu empfangen, macht aber noch was Zweites und zwar vergrößert er das Empfangsfenster entsprechend auf der rechten Seite, weil er jetzt zusätzliche Sequenznummern wieder erlauben kann, weil er hat ja gerade was bestätigt. So, diese Bestätigung kommt jetzt hier rein beim System A und Host A vergrößert einfach auf Basis dieser Bestätigung seinen Sequenznummernraum, indem er rechts einfach Frame 7, 0 und 1 hinzunimmt. Ja, das kann er machen, er muss ja 3 hinzunehmen, er hat ja ein Acknowledgement für 3 bekommen. Ja, dann sendet A weitere Frames, natürlich von links ausgehend einfach in der Ordnung der erlaubten Sequenznummern im Sendefenster. Das sind in dem Beispiel jetzt so eine kleine Gruppe von Frame 3 bis 6. Davon empfängt Host B den Frame 3, verringert das Empfangsfenster entsprechend, also verkürzt das auf der linken Seite und fügt den Frame 3 in die Gruppe der empfangenen, aber unbestätigten Frames ein und schickt jetzt das Receive Ready 4, was sich allerdings überkreuzt mit dem Empfang der Frames 4 bis 6. Ja, das ist aber auch erst mal überhaupt kein Problem, denn bis das Receive Ready 4 nicht empfangen wurde, würde ja die Sequenznummer nicht doppelt verwendet werden. Gut, die wird hier unten übrigens empfangen und Sie sehen, hier kann dann wieder das Sendefenster rechts erhöht werden, weil die hier unten eben erst empfangen wird. Zwischendurch ist das Sendefenster natürlich 3 groß, weil das ist, was wir nach dem Versenden der 4 Frames hier noch übrig haben. Wenn der Host B dann Frame 4 bis 6 empfängt, würde er natürlich auch diese Frames in diese Gruppe der empfangenen, aber unbestätigten Frames, die ja wie gesagt zwischen diesem Pointer und dem Fenster da war, eingliedern, weil die Frames sind ja noch nicht bestätigt und das macht er indem er einfach das Sendefenster links um diese 3 Frames verringert. Ja, also das ist im Wesentlichen, was hier abläuft und Sie sehen, das funktioniert eigentlich soweit alles reibungslos. Das wäre eine kurze Erklärung zum Sliding Window Protokoll. Da gibt es wie gesagt im Stallings noch ein bisschen mehr zu, wenn Sie da Spaß dran haben und Sie wissen jetzt auch warum man das macht. Eine Sache, um die wir uns jetzt noch kümmern müssen ist, was passiert im Falle von Fehlern. Wie wird jetzt effizienter wiederholt als einfach nur bei einem Alternating Bit sozusagen immer nur ein ausstehendes Paket zu erlauben und dann entsprechend das auch direkt zu wiederholen? Hier habe ich kein Alternating Bit Protokoll. Hier habe ich ein Protokoll mit einem höheren Sequenznummernraum. Also Sie sehen es hier zum Beispiel einen Sequenznummernraum von neun möglichen Werten. Das geht hier bis Sequenznummer acht und ich habe aber den Spezialfall, dass der Empfänger nur einen Frame empfangen kann. Also er hat eine Empfangspuffergröße W gleich eins und dann bleibt Ihnen natürlich nichts anderes übrig als im Falle eines Fehlers alle weiteren Frames zu verwerfen. Das sieht man hier. Also hier werden Frames für ein Null wird gesendet, eins wird gesendet, die werden korrekt empfangen, werden auch direkt bestätigt. Jetzt wird 2 fehlerhaft empfangen und ab dann nimmt der Empfänger keine weiteren Daten mehr an und würde dann hier erst wieder einen ACK 2 senden, wenn Frame 2 korrekt empfangen wurde. Also ab hier geht es dann wieder ganz geordnet weiter. Warum macht der Empfänger das? Naja, er möchte keine Umsortierung haben und er möchte auch keine Verdopplung haben und das vermeidet er hier einfach indem er einfach keine weiteren Frames mehr annimmt. Datenkonsistenz wird im Wesentlichen so sichergestellt. Das bedeutet, dass alle Frames, die wir nach einem defekten Frame empfangen haben, dass die einfach nicht mehr behandelt werden. Die sind ja aus der Frame-Sequenz raus, also das macht man um Datenkonsistenz zu behalten, also um zu vermeiden, dass man dann Frames annimmt, die außerhalb der Reihenfolge oder außerhalb der erwarteten Reihenfolge stehen und die werden dementsprechend auch nicht acknowledged, sondern nur das ACK für den letzten korrekt empfangenen Frame wird gesendet. Irgendwann wird es ein Timeout geben am Sender und dann würde der Sender natürlich alles nach dem letzten Launchment wieder schicken, also in unserem Beispiel Frame 2 würde er dann wieder schicken und da die doppelt empfangenen Frames einfach verworfen wurden, gibt es eben auch wie gesagt keine Duplikate. Das nennt man Go-Back-End-Verfahren, also das Verfahren auf der vorigen Folie ist Go-Back-End, ist natürlich was Übertragungskapazität angeht relativ verschwenderisch, spart dem Empfänger aber zwei Dinge, also zum einen Puffergröße, das heißt wenn ich ein System habe, was wirklich mit Echtzeit arbeiten muss, also kurze Pakete zum Beispiel empfangen muss und dafür einen kleinen Empfangspuffer braucht, um nicht zusätzlich Verzögerungen durch einen großen Empfangspuffer zu kreieren, dann kann ich so ein Protokoll verwenden und ich spare mir natürlich funktionellen Aufwand am Empfänger, zum Beispiel so eine Umsortierung muss am Empfänger hier in diesem Protokoll nicht implementiert werden, oder eine Wiederherstellung sozusagen der Datenkonsistenz. Wenn ich mir das aber erlauben kann, das heißt wenn ich mir einen komplexeren Empfänger erlauben kann und auch einen größeren Empfangspuffer haben möchte, kleine Empfangspuffer haben ja nicht nur Vorteile hinsichtlich Verzögerung, die haben ja auch Nachteile hinsichtlich Durchsatz, also wenn ich den Durchsatz erhöhen möchte sozusagen, dann brauche ich das Selective Repeat Protokoll zur Wiederholung und ja, das ist als Beispiel hier gezeigt, also wir haben hier dasselbe Problem wie vorher, Frame 2 geht verloren, jetzt nimmt der Empfänger aber diese Frames an, puffert die allerdings am Link Layer, also gibt die nicht direkt hoch, Sie wissen warum, weil direktes Hochgeben an die höhere Schicht also zum Beispiel eine IP würde eben einen inkonsistenten Datenstrom verursachen ja, wir haben ja hier eine Lücke, die müssen wir erstmal stopfen und hier haben wir durch den korrekten Empfang, das vorher inkorrekten Frame 2, also Empfänger wiederholt hier haben wir sogar eine Umsortierung im Datenstrom Sie sehen es ja, hier habe habe ich ja 4, 5, 2, 6 ja, also habe ich hier zwei Probleme, ich habe eine Lücke ich habe potenziell vielleicht sogar Duplikate, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ack verloren gehe, hätte ich sogar Duplikate und hier habe ich halt auch noch eine Umsortierung und das muss ich lösen ja, und deswegen puffere ich hier noch am Link Layer wenn ich für die zukünftigen Frames gebe ich allerdings ein Negative Acknowledgement zurück und sage damit an, dass ich Frame 2 nicht empfangen habe bestätige hier die vorher empfangenen Frames nochmal so lange bis ich Frame 2 dann tatsächlich empfangen habe und erst wenn ich Frame 2 hier empfangen habe sage ich dem Sender, wo ich wirklich bin und zwar bei Frame 5 also ab hier ist sozusagen der Prozess wieder ordnungsgemäß wiederhergestellt also ab dem korrekt empfangenen Frame 2 würde ich jetzt mit dem Ack 5 dem Empfänger wieder signalisieren dass er im Sequenznummerraum weiter fortschreiten kann wichtig im Unterschied zu GoBackEnd ist, ich habe aber die Frames zwischendurch angenommen und muss lokal im Link Layer umsortieren und die in eine korrekte Reihenfolge bringen bevor ich dann den korrekten Paketstrom an die Netzwerkschicht hochgeben kann wir haben hier also zwei Funktionen wir haben dieses selektive Wiederholen am Sender und wir haben diese Umsortierung und auch dieses selektive Neuanfordern von Paketen am Empfänger daher ist Selective Repeat Das ist übrigens auch was TCP macht TCP fährt ein Selective Repeat So, wir sind von der Zeit jetzt durch ich würde mit dem Bandwidth-Delay-Produkt dann beim nächsten Mal weitermachen das ist eine wichtige Größe wenn es darum geht die Leistungsfähigkeit und auch bestimmte Protokolleigenschaften auf Basis der Leitung die man zur Verfügung hat zu bewerten das ist so ein schönes Bewertungsmaß was relativ gut zeigt auch was uns noch mal Roundtrip Time zum Beispiel kostet also warum ein großer Roundtrip Time zum Beispiel ein Problem ist ja Sie sehen das taucht ja hier im Faktor bereits auf und dass man das zum Beispiel nicht durch Bandbreite kompensieren kann und wir werden uns das am Beispiel von Unterseekabeln zum Beispiel mal anschauen mit dem Bandwidth-Delay-Produkt mit dem Bandwidth-Delay-Produkt zum Beispiel